Wir von Rotund Power Systems sind im VDE, weil wir die Energiewende aktiv mitgestalten wollen und für unsere Kunden die Herausforderungen der Stromversorgung in der heutigen Zeit optimal und effizient lösen wollen. Kernkompetenz der Rotund Power Systems GmbH ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Seit der Unternehmensgründung 1999 sind wir im Strom und in der Elektrotechnik zu Hause. Unser Business ist es, den Strom aus dem Netz direkt beim Verbraucher sicher und unterbrechungsfrei zu machen. Es geht nicht um den großen Stromausfall, dass wir sagen, wir haben jetzt mehrere Stunden keinen Strom, sondern es geht letztlich nur um kleine und kleinste Unterbrechungen, die einen Computer oder ein Rechenzentrum oder eine Produktionsmaschine schon aus dem Takt bringen können oder gar zerstören können, sodass man so nicht mehr arbeiten kann. Unsere USV-Anlagen sind von klein bis groß in allen Leistungsklassen verfügbar. Große Stückzahlen an kleinen USV-Anlagen stehen in unserer Mietabteilung, genauso wie leistungsstarke, große Outdoor-Container. Unsere Kunden jederzeit und wenn es sein muss, auch ganz kurzfristig zur Verfügung. 2020 hat sich einiges verändert in unserem Unternehmen. Wir sind umgezogen, haben unseren neuen Standort in Bretten bezogen. Wir haben einen Generationswechsel in der Geschäftsleitung vollzogen und somit uns auch Richtung Verband neu aufgestellt, sodass wir im VDE Mitglied wurden, um uns dort mit anderen Experten und kreativen Köpfen zum Thema Elektrotechnik und Stromversorgung auszutauschen. Wir sehen uns in der Verantwortung, die Energieeffizienz unserer Produkte und unserer Tätigkeit weiter nach vorne zu treiben und möchten diese auch optimieren. Und hier sehen wir die Zusammenarbeit mit dem VDE als ideale Plattform, um dies im gegenseitigen Austausch durchführen zu können. Die Digitalisierung ist für uns ein Wachstumsmotor. Ohne Daten und ohne Strom geht heutzutage gar nichts. Eine sichere Stromversorgung ist also elementare Voraussetzung für all unser Tun. Wir möchten uns zusammen mit dem VDE dafür einsetzen, diese sichere Stromversorgung möglichst optimal und effizient weiter voranzutreiben und unseren Kunden sicherzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020